Es ist wirklich da, oh Gott. Kann ich den noch irgendwo anders hinschieben? Ähm. Nein, geht nicht. Siehst du das im Stream, wie der rumpackt? Ich glaube, ich habe ihn einfach nur fix auf die Position gesetzt. Mhm. Der ist da oben links schön. Nein, ist er nicht. Der ist schön. Er triggert mich. Er ist wunderschön. Er triggert mich. Er ist wunderschön. Ich hasse Death-Counters. Der schönste Counter, den ich jemals gesehen habe. So, nein, ich hasse Death-Counters. Ja, Endes, lach mich ruhig aus. Lach mich ruhig aus, Endes, ist okay. Nein, nein, das ist wirklich kacke. Das ist, nein. Okay, warte, wir machen den nächsten Streamer zwar unten. Unten hin, bitte. Weil da oben, ich kann meine Todesanzeige nicht sehen. Das blockiert ziemlich stark meine Todesanzeige. Das ist ein bisschen belastend. Sehe ich nicht. Ich schon. Warte, wie mache ich den weg? Du kannst auch oben links auf den kleinen Pfeil drücken. Dann klappt er sich ein. Okay, geht. Mhm. Trotzdem nächstes Mal unten hin. Danke. Okay, mache ich. Danke. Ich mache es dann so, dass er frei verschiebbar ist. Danke. Wäre wirklich gut. Mhm. Okay, wo waren wir? Ja, du musst trotzdem gucken, ob er funktioniert, wenn du gestorben bist. Aber er wird funktionieren, ich meine. Du hast ihn programmiert, natürlich würde er funktionieren. Ja. So, können wir mal die Quest checken? Also, ähm, bei Hauptreisen habe ich den Bataraden und die Amara. Eine Frage habe ich noch. Ja? Kann es sein, dass du ein kleiner Sadist bist, der mich leiden sehen möchte? Hm. Ich weiß nicht, was du meinst. Mhm. Du meinst auch. Sag mir Twitch mal wieder nicht, dass du da bist. Twitch weiß, wie, was gut für mich ist. Ach, Carlos, ey. Okay. Ist okay. Okay, Warte. Wie gesagt, Quest checken. Ja, Wartaran habe ich. Genau, ähm, überquere die Stummruinen, ne? Äh, ja, ja, also unbeirrt. Amara. Keine Reise? Nee. Genau, dann noch, ähm, Jokel, die in Vatersuchung. Vorgänger? Ja, nee, Vorgänger habe ich. Doch, ja. In Nadeö, Vatersuchung. Genau, und, und dann Worsa, die Schwertscheide, ne? Mhm, genau. Okay, gut, dann treffen wir uns unten bei der Brücke. Ich, wo, wo, wen machen wir? Ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal die, die, ähm, die optionale Höhle dort, um die Items zu kriegen und so. Ich würde erstmal ein bisschen Quests noch weitermachen wollen. Okay. Ich, ich würde Jokel jetzt erstmal machen. Jokel ist eigentlich einfach. Da waren wir schon so häufig, das ist einfach. Genau, also den Vater unten suchen, okay. Ja, why not? Okay, treffen wir, treffen wir trotzdem bei der Brücke, ja? Okay. Alles klar. Wait, dann laufe ich lieber da hinten rum. Mhm. War das hier? Ja, das war hier, da ist doch der Turm. Au. Okay, wir dürften uns ja gleich dann sehen. Ja, also ich bin direkt bei der Brücke. Ah, warte. Arm kratzt. Arm juckelt. Achso, hier, heilig. Guten Tag. Alles klar. Na, wie geht's? Wie steht's? Wunderbärchen. So. 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 Schubsen runter. Jawohl. Haha. Okay, wir müssen, müssen eh hier runter. Ja, warum haben wir den dann gemacht? Weil wir ihn nicht mögen. Okay. Und weil runterschubsen lustig ist. Hololul. Hololul. Mhm. Jee, da ist irgendwas rumgeschwabbelt. Echt? Ja. Warte, ich will's nochmal im Stream sehen. Moment, ich guck mal ganz kurz bei mir im Stream im Nachhinein. Oh, ich hab's verpasst. Aber da ist irgendwas rumgeschwabbelt. Hm. Äh, aua. Aua. Immer die Penner hier. Sehr nice. Autschi. Die mögen mich nicht. Ich kann die auch nicht leiden. Wir müssen eigentlich meinen Counter machen. Pass auf. Pass auf. Okay, mach ich. Starker. Wir müssen eigentlich meinen Counter machen, beziehungsweise du müsstest einen Counter machen, wie viel Gegner wir hinzufügen. Äh, kann ich machen. Also, kann ich hinzufügen. Huch, ich hab aus Versehen. Nix. Ich heil mich. Ja, ich würd mich auch healen. Ich hab grad mit, glaub ich, 2% Leben oder so gekämpft. Ja. Wobei, du ähnlich heilen müsstest ja wie jetzt im Stein kommen, jetzt. Toll. Und da hab ich ne Flasche verschwendet. Ja. Ne, die wird die aufgefüllt. Wir können auch mal hier rasten. Dann können wir hier nächstes Mal wieder, ähm, spawnen. Kimmt. Hm, ja. Ich hab noch schnell ne Vase zerstört. Hm. So, ich bin jetzt beim anderen aus... Es ruckelt. So, ich bin jetzt beim anderen Ausgang. Also, ähm... Also dort, wo wir lang müssen. Oh Gott, es ruckelt. Genau. Es ruckelt wie verrückt. Ja, hört gleich auf. Rucke die Muggeldinge. Mhm. Okay, ich bin jetzt auch hier. Ich warte auf dich. Ja. Da ist ne Hyäne. Mhm. Du hässliches Hyänenvieh, Alter. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich bin hinter dir. Bitte gehen sie. Bitte gehen sie. Geh weg. Aber wie gesagt, den Counter kann ich erweitern. Dass noch die Gegner Tode gezählt werden, kein Problem. Mhm. Mach ich. Twitch hat mir gerade selber eine... Ich bin mit meinem Account eingeloggt, ne? Und Twitch hat mir ne Benachrichtigung gegeben, dass ich live bin. Okay, nice. Geil. Mhm. Bisschen dämlich, aber ist okay. Ja. Oh. Oh. Hier ist was. Mhm. Bei mir ist ein schneller Dude. Oh, Speer-Sperer-Tutsi, Alter. Schon wieder. Ja, Mann. Meine Güte. Der ist down. Hier ist was. Ne Apfelkrelle. Uh, zerbrochene Zwei-Axt oder sowas. Mhm. Wir brauchen dringend die Truhe, ey. Die Sachen rein. Ja, bitte. Zerbrochene Zahn-Axt, jawohl. Taugt ihr was? 20% kritische Treffer-Chance. Und Einhand. Okay, mal merken. Ja, ich möchte die erst upgraden. Nein, ich wollte dich nicht hauen, was? Gut, es gibt E-Campalty-Fire. Oh, der denn her. Ich weiß. Oh, der denn her. Oh, der denn her. Ey, bei mir ruckelt's wie sonst was momentan. Ernsthaft? Ja, von mir hat's nur im Gebietladen halt einmal hart geruckelt. Also, es geht tatsächlich mittlerweile, aber... Okay, es wird schon besser werden, denke ich. Es ist nicht angenehm. Und meine mittlere Maustaste will manchmal nicht. Nicht so geil. Ja, weil ich will anvisieren. Mhm. Ich brauche mal so eine extra Einladung. Ja. Okay, hier kamen ziemlich viele. Ich mach dich kranken aus. Oh Gott, sie machen mich gleich kranken aus, Alter. Heiltisch. Gleich. Ich hab nur die Flaschen, das wär ein bisschen Verschwendung. Mhm. Nee, wobei... Ach, warte mal, wir sollten seinen Vater suchen. Ist das sein Vater? Das Skeletze? Ja. Können wir hier die Sachen noch holen? Mhm. Ach, mal halt. Ach so, übrigens, dein Vater ist tot. Und was? Mhm. Oh Gott, nein, mein Vater. Eine zerbrochene Barbarenachse, okay. Oh, geil. Und jetzt hab ich Inventarprobleme. Ja, jetzt hab ich Inventarprobleme. Mhm. Wollen wir hier hoch direkt, oder? Ähm, ich würd sagen, abgeben macht mehr Sinn, weil da kommen wir jetzt nächstes Gebiet sonst. Ja, okay, okay. Wir können doch hier den... Wir gehen nicht zu dem Fluss. Wir schaffen das. Nein. Doch, doch. Ich springe euch rüber, ich springe nicht rüber. Wie haben wir das denn gemacht? Ähm, wo sind wir rüber? Wo bist du rüber? Ich bin ja nicht rüber. Der Fluss hat ja all meine Sachen gefressen. Arschlochfluss. Sorry. Hast du Flüsse? Na, schaffst du es. Mhm. Du schaffst das auch. Mhm. Go. 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 Gut Job. Aha. Falkling über Reste. Da können wir ja gleich zurück teleportieren. Würde Sinn machen, ja. Mhm. Ähm, hier drüben ist noch was. Hm, nicht sicher, wie wir hinkommen. Okay, jedenfalls nicht. Ich springe nicht dort rüber. Das kannst du vergessen. Ich springe höchstens hier hinten hin und dann von dort oben nach dort. Nee, nee, das geht auch nackt. Okay, okay. Wir gehen zurück. Falkling zu über Reste? Nutzen? Let's go. Ich ertrinke, ich ertrinke. Ich schaff das. Das zum... Ähm. Ich hab's geschafft. Ich schaff das auch. Hier auf den Stein. Ich glaub hier braucht, ähm... Oh mein Gott, ich ertrinke, 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 ich ertrinke. Schwimm doch! Was ist mit dir? Nein! Schaffst du's? Gerade so. Oh, im Mittler... Hier oben gibt's Fett-Scory, ja. Löt ich auch gleich mal einen. Ich, äh, trinke kurz. Also ich hab nochmal kurz Leben aufgefüllt. Wenn ich's jetzt wieder nicht schaffe, dann teleporte ich mich zurück. Fertig, okay? Gut. Okay, okay. Hier oben gibt's, ähm, Skoria. Ich hab's nicht geschafft, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft, das ist mir so egal. Du musst ja mit dem Stein einfach da hochspringen. Ich schaff das nicht, ich bin zu blöd dazu. Ich hoffe, dass es hier oben noch so gibt's. Ah, doch, ich hab's geschafft. Das war's, okay, sehr gut. Ich hab's geschafft. Ich würde das Ding gleich, ähm, futtern, was du hier hast, dann können wir gleich in der Basis ein bisschen skillen. Hm, äh, wie bist denn du hier jetzt hoch? Einfach geradeaus. Genau. Und jetzt einfach hier hoch. Oh mein Gott, ey. Das ist ja belastend. Belastend. Okay, dann, äh, dann back zur Basis, ja? Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Sicher? Ja. Wirklich sicher? Ganz sicher. Bist du zu 100% sicher? Mhm. Ich will hier nicht nochmal hochspringen. Da war nichts. Das hab ich wirklich gecheckt. Da war nichts. Vertrau dir, jetzt einfach mal, ne? Mhm. Auf, zurück. Oh Gott, oh Gott. Ich sitze ja schon wieder so wie so ein Lappen in der Ecke. Wir haben hier so einen Lappen in der Ecke gesessen, Alter. Wird ja gar nicht. So, können wir die Quest abgeben, auch gleich skillen? Ja. Ja. So, ist glaub ich besser vom Lichtverhältnis her. Ja, ist besser auf jeden Fall. Ich hab meine Lampe mal ein bisschen weiter höher gemacht. Mhm. Jetzt sieht man mein Gesicht besser. Ach du Scheiße. Wird man das? Ich glaube nicht. Okay, Quest abgeben. Wo war der denn? Da war er, hier drüben, ne? Gibt's schon. Oh, die Flasche können wir auch upgraden jetzt? 2700, das macht Sinn. Oh, ich hab deinen toten Vater gefunden. Mhm. Flasche upgraden. Hat der noch eine neue Quest? Nein. Doch, doch, der hat eine neue. Aber das ist in einem anderen Gebiet. Wir tun uns erstmal nichts. Ah, es wurde im Fluch auf seine Blutlinie gelegt. Ich muss das mal ganz kurz lesen. Mhm. Geist, äh, deinem unserer Vorfahren. Ah, ja. Okay. Alles klar. Alles klar. Okay. Mhm. Jetzt will er den Fluch aufhalten. Alles klar. Viel Spaß dabei. Kumpel, viel Spaß dabei. Ach so, ich sollte ja, ähm, Skoria und so essen. Würde Sinn machen. Vor allem essen, ne? Vor allem essen. Ja. Wie viel habe ich denn? Ich hab 6515. Ausdauer plus 2%. Ich hab auf jeden Fall mir die Flasche upgradet auf 5. Ausdauerkosten für rennen minus kauf ich beides. Ausdauer kosten für rennen minus kauf ich beides. Das ist super. Ja. Was ist das hier? Kann ich hier irgendwas machen? Ja. So, ich hab ja jetzt kleiner Finger, ne, Vigor. Kleiner Vigor und Freundschaft. Mhm. Ich hab jetzt alles geholt außer, ähm, Ballons. Weil, laterne springe ich eh nie. Ich glaub, ich nehm schlechte Verfassung. Mhm, hab ich auch, ja. Und zweiter Wind. Und zweiter Wind, ja. Ja, halte ich auch gerade. Boah, wenn du jetzt rennst, kriegst du viel weniger Ausdauer. Sehr gut. Und generell ein bisschen schneller. Ja. Okay, das hier wird nicht mehr reichen. Schade eigentlich. Ich würde meine, mein Spießknübel nochmal erhöhen. Mhm. Naja, okay. Dann werde ich jetzt ein bisschen sparen wieder. Okay, dann geh ich jetzt zurück. Mein Spießknübel. Mhm. Was wollen wir jetzt machen? Dann würde ich sagen, machen wir das, ähm, Nadelöhrgebiet. Also die Seite hier zu Ende. Und dann gehen wir ins Nächste. Wir machen die nächsten Quests. Okay. Können wir hier noch die, ähm, Sachen holen. Bei dem Lager und der Höhle. Und dann das nächste Gebiet. Also das Nadelöhr. Fertig. Genau. Weil, ähm, auf der anderen Seite vom Fluss sind hier noch Sachen. Also vor dem Lager. Also oben diese Außenposten. Und diese Höhle. Oh. Ich hab gut genießt. Ähm, also machen wir die Quest von Bataran eigentlich auch nebenbei, ne? Ähm, Moment. Bei Batarschappartenkampf. Überquere die Sturmruinen und finde den Reisenden. Das ist im Nadelöhr. Also so ein bisschen daneben. Bei diesem Hauptweg, ähm, so bei dem Fluss teile ich den Gröns da. Genau. Wir gehen links neben dem Fluss. Gehen erst in die Höhle rein. Und dann gehen wir runter und machen die Quest hier weiter. Müssen wir hier hin. Genau. Mhm. Okay. Okay. Dann treffen wir uns am Wandersee wieder. Beziehungsweise Brücke. Genau. Viel angenehmer mit der Ausdauer jetzt, ey. Gott, ich muss meine Hausaufgaben noch zu Ende machen. Was schaffst du? Ich sitze schon wieder den ganzen Tag daran. Ich weiß. Aua. Ich möchte das nicht. Hm. Das nur, weil ich so schön haben will. Ja. Weil ich doof bin. Alter. Karnickel, ich würde dich umbringen. Schade. So. Hast du auch fünf, ähm, Schlücke jetzt quasi? Ja. Ja. Okay, sehr gut. Aber warte kurz. Kopf juckt. Okay. Wegen diesem verdammten Headset. Ich habe die ganze Zeit übrigens Twitter nebenbei auf. Twitter? Wegen den Wallen. Mein Twitch. Nein, Twitter. Ah, okay. Twitch nicht, nee, nee. Will ich nicht nebenbei aufhaben. Alles klar, dann... Ach nee, wir müssen ja da hinten hin. Da war was. Ja. Ich will ihn mal in den Brücken töten. Ich mag den nicht. Hui. Was hat der getan? Hat der dich beleidigt? Der hat mich mal runtergeschmissen. Okay, ich würde ihn jetzt auch nicht mögen, aber ich würde ihn jetzt auch nicht jedes Mal runterschmeißen wollen. Also das wäre mir ein bisschen zu viel Stress pur für diesen komischen Deckel. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja, ist okay. Man muss es ja auch nicht wissen. So, und hier ist unser Freund wieder. Ja, der kommt ja schon angerollt. Jawoll Okay, dann hier lang Aber es ist wieder so ein Refa-Schnitzvieh Deine besten Freunde hier, oder? Wie kamen wir am besten rüber? Hier runter Wir müssen hier runter, genau Da, da, da ist es, da ist es Ich hab's getötet Okay, ich wollte's grad abwerfen Oder davon liegt was? Und da oben ist das Ja Uh, klemmt Skuriamenge Nein, mein Rucksack ist voll Nein Futter irgendwas Nö, ich schmeiß dieses komische Schild hier weg Ist billig, okay Sehr schön Aber ich hab ein Problem Guck dir Nee Nee, warte Das da Genau Carlos suchtet grad Satisfactory Ja Ich baue grad das Insectisfactory Eine sehr ressourceneffiziente Wasserpipeline Nur die halbe Map lang Alles klar, die halbe Map lang Moin Ich brauch Hilfe, ich wurde angegriffen In der Zeit, wo ich gelesen hab Hä, 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 hä Was, wo bist du? Äh, so ein schneller Typ wieder Ah, da hinten bist du Hab ihn, hab ihn Hab ihn Okay, okay, okay Alles klar Ja, leider hab ich jetzt einen Heilteil weniger Ist ein bisschen nervig Aber gut, ich hab genug Bären dabei Ich würde schon passen So Die Eronimo Good job Oh mein Gott Es ruckelt wieder Ich bin ein bisschen nass geworden Ihh, ihh, alter So, das heißt Wir gehen erst in die Höhle Und dann gehen wir hier den Außenposten lang Müssen wir eh lang dann Ist das die freundliche Höhle oder Das war auch die einigermaßen freundliche Höhle Nicht die ganz üble Höhle Wo, wo Im ersten Gebiet ist Okay Chill, dude, ne? Ich, äh, ja Ich würde gerne Mal ganz kurz nebenbei Skoria, nice Was anderes ausrüsten Warte kurz Genau das hatte ich auch vor Mhm Es kommt auf an Ich kann auch zweihändig gehen Dann kannst du, ähm, den Weg machen Äh, nee, warte mal Wie rüste ich denn nochmal das aus? Ähm, mit E oder Q Okay, dann Q Och, meine Güte Ah, jetzt Sehr schön Okay, gut, dann bist du einhändig Mit Fackel und ich bin zweihändig Ja, das sowieso Ich will immer einhändig sein Ich hasse zweihändig Alles klar Hier kommen sicher wieder Spinnen von den Wänden Ja, aber, Alter Wie sind die denn bitte verreckt, Alter Das war noch ne verreckt Party Ja, Mann Sperrspitze Okay Oh, warte mal ganz kurz Ich, ähm Warte, ich, ich hab seit 30 Jahren nicht geduscht Ich, ähm Wird mich ja gerne mal runterstellen Ach, die einheimische Bevölkerung ist gegen die Pipeline Hat er sie ausgerottet Mhm Oh, ähm Also, war, na, okay Mhm Carlos, ähm Wir müssen reden Aber echt Hier ist was Spinne Ach Mensch, warum gehst du denn auch wieder vor? Da hinten ist was Ich bin vorge... Die kam aber immer auf mich zu Was soll ich machen? Ja, trotzdem Ach, diese Hülle war das Ich mag diese Hülle nicht Können wir bitte wieder gehen? Dankeschön Wir... Wir schaffen das Ich mag diese Hülle nicht Warte kurz Mein Gesicht juckt Oh, Alter Weil meine Haare so ekelhaft ins Gesicht fallen Weil hier gibt's schöne viele Items Du weißt, nach unten kamen diese großen Viecher Mhm Bereit? Ich möchte das nicht Ich möchte wieder gehen Bitte lass uns gehen Auch hier liegt was? Ich hab's jetzt genommen Oh, 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 oh Okay, guck mal Guck mal, was da ist Help me please Achso Ah, okay Ich übernehme Kurz die Kleinen Mach du schon mal die Große Bin dabei Okay Nevermind Ich mach auch die Große Oh Gott Heil Ich bin tot Oh wehe, du fragst jetzt, ob der Counter geht Nein, der zählt noch nicht Erst wenn du, ähm... Ich bin tot, hallo Ja Warte Stopp nicht Nicht sterben Nicht sterben Nicht sterben Du stoppst, Alter Heil dich Oh Gott Meine Güte Ah, Heil dich Heil dich Heil dich Heil dich Heil dich Und jetzt ich Hier, heilo Ah, dann Okay, dann nicht Ach nee, warte Da ist noch eine kleine Da war ja was Alter, das war saubel eben Junge, Alter Aber kannst du ja gucken, ob der Counter was gemacht hat? Einfach nur so Ja, eins Aha, zählt also doch, okay Diese dreckige Lache, Alter I'm so sorry Diese enorm dreckige Lache gerade Aber an sich bist du ja gestorben, so ist es nicht Du mich auch, Alter Du mich auch Diese enorm dreckige Lache gerade Hier hinten ist noch was Aha Hier ist überall noch was, ja Hier ist noch was Hier ist die Spinne Komm, komm Was für ein Pissvieh Das tickt hier so Moria Jawohl Das tickt hier so Weiß nicht Ich möchte hier bitte wieder weg, Alter Ich hab ein bisschen Angst Energie Konzerninteressen Unabdinger Da hat er wohl recht, ja Ich hab jetzt auch keine Tränke mehr Nur die Beeren Irgendwo kamen wir hier hoch Ja, hier Ja Wir haben die Schlimmte schon geschafft, also Das war da unten gewesen Ich möchte trotzdem nicht mehr hier sein Das ist ein bisschen Fucking guter Die Höhle ist doch schön Wollen wir erst hier lang oder rüberspringen? Gerade wirklich gesagt, die Höhle ist doch schön Nein, hier lang Okay Hier müssen wir zwar auch rüberspringen, aber hier ist es einfacher zu springen Oh lulul Oh, oh lul Noch ein Spinnchen Ja Und das, liebe Leute, ist der Grund, weshalb ich Spinnen hasse Hier unten ist was Ja Ach ey Leiden überreste, nice Ist ja eklig Okay, hier rüberspringen Äh, ich würde sagen, hier Hier oben ist was Da ist noch was Da oben Ja Aber ich glaube, da kommen wir noch hin, ne? Mhm Höhle, ne, ne, ne Nice Jetzt hier hin Höhle, ne, ne, ne Ja, jetzt sind wir im Kreis gelaufen, wa? Äh, ja Ach, ja, aber jetzt kommen wir hier hoch Das ist schön Das ist gut Hm Da oben ist noch was Da müssen wir irgendwie noch hin Ähm Wetterhilfe Ja Sehr schön Mhm Hast du gut gemacht Oh, ne Feder Oh, hey, ja Da unten war trotzdem noch der andere Sprung, den wir machen konnten Aber da waren wir doch, glaube ich, jetzt schon Ich sehe da jedenfalls nichts mehr Nö Bin mir nicht sicher Magst du da hingehen? Mhm Mhm Warte mal, wo geht's denn hier hin? Lul, da kommt auch noch irgendwas Okay Ich warte hier, okay? Ja Bis gleich Bis gleich Dann schaue ich schnell nach Ich leuchte dir den Weg Mhm Also von hier hier rüber Gut, das war das gewesen Ich glaube, ich habe ein gutes Thumbnail Das haben wir Oh ja Das ist ein gutes Thumbnail Mhm Denke ich mal Warte mal Kann ich nicht hier, ähm Wo ist dein Druck? Uff, Alter Ich habe ein Screenshot gemacht Extra dafür Erstmal entlang der Länge der Pipeline Stromleitungsspann Alles klar Läuft bei dir, Carlos Läuft bei dir Mhm Satisfactory sucht die Das Game ist aber auch geil So, was sagen die Wahlergebnisse? So, bin wieder bei dir Mhm Harte kurz, was sagen die Wahlergebnisse bis jetzt? Erst lang Jo Nee, nicht da lang Erst hier lang Jo Ah, hier ist der Wasserfall Wo wir, ähm, hergekommen sind Mhm Okay, da kommen die andere Zerbrochene Zahnkeule Okay Sexy Mhm Steh auf Zähne und Keulen Ähm, muss ich mir jetzt Sorgen machen oder sowas? Ähm, nein Nicht, dass du irgendwann meine Zähne ausschlägst, weil du die haben willst Vielleicht schon auch eine Keule bauen will Ja, na klar Hö, 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 hö Ich möchte das nicht Guck mal, was da ankommt Oh, so ein XXL-Fisch und wieder Ne, IG weg Oh, IG weg Oh, IG weg Oh, IG weg Ich habe ich jetzt einfach allein geschafft Wir schaffen das Als du einfach so gestorben bist Einfach so, ja, ja Genau Ja, guck mich auch Ja, das war gar nicht so einfach gewesen Mit dem fetten Fischen der Spinne Dieses ekele Ding, Alter Ja, Mann Geh ich hier lang? Sicher, dass wir schon durch sind, ja? Ja, wir sind durch Warte Ich dachte, hier wären noch mehr geile Sachen Ne, das war alles Eigentlich irgendwie schade Jo Jetzt können wir hier hoch Den Außenposten Hund Oh, ein Wauwau und ein Dude Ich wette, die haben sich gerade sehr schön unterhalten Ähm, ich bin down Hau ab und heil dich am besten Wollte ich gerade, ja Wow Ist das jetzt als zweiter Tod? Wahrscheinlich, ne? Ich denke Schau mal Upsi Ja, ich schau gleich Wenn ich wieder die Maus benutzen kann Ja, das Gute ist Wir kommen da relativ schnell hin Upsi Das war echt ein Fail Ich habe nicht gemerkt, dass ich so low bin Wir müssen jetzt eigentlich direkt bei dem Lager starten Wo wir, ähm Also das mittlere Lager Theoretisch Hört man dieses komische Projektorteil eigentlich? Ähm, ne Ich habe die Stream aber auch live gemutet Ich habe jetzt Dev 1 Also müsstest du 2 haben Ne, wenn man es bei dir nicht hört Hört man es im Stream wahrscheinlich auch nicht So, okay Ah, tot, 2 Dreckige Lache Weiß nicht, was du meinst Aufkopp Hm Wie fies du heute wieder bist Äh Das halte ich für ein Gerücht So richtig dreckige Lachen machst du wieder I'm sorry Ich fühle mich beleidigt Hm? Streit beleidigt Ja Okay Um den Brückendude wieder zu ermorden, wa? Aber natürlich Du weißt, ich mag den nicht Ich habe einen Kanickel getötet Nein Mein Rucksack ist voll Oh, warte mal Weg damit Warte kurz Nein Oh, upsie Warte Ich bin beim Brückendude Ich weiß, ich sehe dich Warte kurz Ich, ähm Nein Nein, ich muss ins Inventar So Perfekt Zack, zack Sehr schön Brückendude Gutes Techno, du hässliches Stück Jawohl Weg is er Wir schnell unsere Seelen holen Die wir auf magische Weise einfach so verloren haben Ja Weil du gestorben bist Klappe da drüben Auf den billigen Plätzen Mhm Weißt du, wenn du stirbst, dann tue ich alles dafür Ähm Um selbst die fetten Feature dazu machen Weißt du, du stirbst einfach Hey Das stimmt gar nicht Das stimmt schon Das stimmt gar nicht Ich habe auch alles dafür getan, dass ich nicht sterbe Das hat nicht geklappt Lass den einfach mal ignorieren Los, let's go Weiter Weiter, weiter, weiter Doch, weiter Go Go, Fult Weiter Lauf Lauf, 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 lauf Laufst du? Nein, ich kämpfe gegen den Ach, bist du doof Dann komme ich doch wieder Meine Güte Statt, dass du einfach läufst Ich glaube, ich habe einen Hundi mitgebracht Ich mag den nicht, okay Doch, kein Hundi Glaub ich Er hat was getroppt Keine Skoria Menge, sehr gut Hi, aber hier ist noch einer Oh mein Gott Noch so ein Dude Down Ich mag den nicht Nee, ich auch nicht Oh, ich habe auch zu sehen einen Filz gefuttert Also jetzt keinen Drogenfilz oder so Aber einen Filz Gut, aber der heilt dich, also ist nicht so schlimm Wird mich eigentlich direkt Oh, okay, ich bin wieder geheilt Alter, lag, lag, jetzt Der 100, lag, 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 lag Jetzt dürfen wir aber echt nicht sterben Nicht bevor wir unsere Sachen nicht wieder haben Ach, ich habe Skoria wieder Jetzt dürfen wir wieder verrecken Erstmal Warwar wachen, dann den Ja Komm, weg mit dir Ich habe aus Versehen Waffe gewechselt Ich würde jetzt gerne was essen Äh, ja Dankeschön Jetzt drücke ich mal statt R drücke ich E Und dann wechsle ich meine Waffe Und das ist nicht so geil Nee Echt nicht Das ist nicht so geil Die sind so toll Nee, nee Lassen wir das mal Oh, oh mein Gott Wieder so ein Vieh Es hat nichts getroppt Es ist umsonst gestorben Wupsi Ich fühle mich nicht schuldig dafür Hm Glaub ich Wo bist du? Da bist du Äh, hier in der Ruine Jetzt sollen wir die Karte angucken Genau, hier müsst ihr jetzt auch Ähm Genau, die Sturmruine dann überqueren Okay Können wir reden? Ja Finde Stab und Stein Uh, Aila hat sich der Stadt angeschlossen Geil Ey, wir müssen zurück Da können wir die Truhe nehmen Endlich Glaube ich Das müsste sie sein Ja, okay Aber hier ist doch bestimmt Doch irgendwo irgendwas Äh Ja Wir gucken zuerst hier noch durch Ist doch noch safe irgendwas Haben wir in der Ruine alles gecheckt? Schau nochmal Hö, Alter Hö, hö, hö Hö Du, du bist einfach weggegangen Und mir werden Speere angeschmissen, Alter Okay Okay Au Boah, die mit ihren scheiß Speeren, Alter Ja, Mann Geht die mir auf den Rotz Jawohl Was hat die für einen Hechtsprung hingelegt? Echt, ey Oh, das ist ein richtig schöner Hechtsprung Hm? Ach, hier ist noch einer Komm Alles Gute schon down Okay Gut Job Die legen ziemlich lustige Hechtsprünge hin Hm Hier sehe ich soweit nichts Ich auch nicht Okay Aber hier ist doch safe was Muss, ja Ja, safe Hier geht's doch bestimmt irgendwie rein Ah, hier ist was Ich hab dem Viech gerade vollen Speer durch den Kopf gejagt Hier ist was Okay Äh Oh, äh Hier ist auch ein Gegner Komm mal Komm, jucke dich weg, Alter Geh weg Ich mag dich nicht, geh weg Alter Ist das belastend Oh, Alter Das ist so belastend hier Äh, ich bin im nächsten Gebiet aus Versehen Ja, ich bin tot Ich bin tot Aus Versehen im nächsten Gebiet, alles klar Nein, wirklich Ich bin ja auch drum gelaufen Ich bin ins nächste Gebiet gekommen Du müsstest mich abholen Äh, bist du noch halb tot, oder? Ne, ich bin immer noch tot Ich bin komplett gestorben Verdammt Hm Okay, Moment, ähm Dann teleportier ich gerade zur Basis Oder du machst dort erstmal weiter Und ich geh auf Toilette Ne, wir müssen eh zusammen hinlaufen, also Okay, dann geh ich nicht auf Toilette Glaub ich Weil, weil in der Basis Können wir sowieso dann wahrscheinlich Unsere, endlich die Truhe benutzen Mhm Und dann gehen wir zusammen hin Wir müssen eh hier hin, also Mein Spülstand hat sich automatisch In Nestle umgewandelt Äh, umgewandelt Umgenannt Umbenannt, meine Güte Loll Okay, aber ich mach trotzdem meine Pipi-Pause, okay? Alles, glaub ich gleich Warte, warte, warte So, ich geh schon mal in den Be-Right-Back-Screen Hallöchen Guten Tag Hallo Hallo, hallo So, ich hab die Quest Die Hauptquest abgegeben Mhm Ähm, beim Turm ist ja die Schaufel gespawnt auch Warte kurz Ich muss hier auch noch Quest abgeben Ja Und, ähm Dann müssen wir noch zurück Ja Und wir müssen eh in die Richtung Wo geb ich die ab? Ähm Bei dem großen Schmied Ach da Ja, okay Der Dude Ja Ähm Der gruselige Dude, den ich sehr gruselig finde Ja, geht so Ähm, die Truhe haben wir nicht freigeschaltet Dazu müssen wir einen der beiden Quests machen Von den Nebenquests Und zwar Ähm Ich hab die Truhe Muss man die jetzt wirklich einzeln drüberschieben Ja Was ist denn das für ein Rotz? Axt Axt Das ist auch eine Axt Ah Hier ist echt die Truhe Tatsache Hier ist ein Schild Das ist meine alte Kleidung Endlich die Truhe, ey Das brauche ich Das will ich auch noch mit dabei haben Spießknüppel Habe ich den Spießknüppel nicht mehr ausgerüstet? Tatsache Mein Spießknüppel muss ich aber ausrüsten, ja, ne? Hm So Alles aufgereimt Eine Zahnkeule Schön aufgereimt Mhm Sehr schön Mhm Okay, nun bin ich happy So, okay Treffen wir uns wieder, ähm Bei der Jo Ja Bei der Brücke So, ich spiele jetzt mal mit der Äh, mit der Schaufel Mal gespannt, wie die ist Warte, wo hast du die Schaufel hier? Ach nee Beim Turm Würde ich eh nicht haben Ja, Später Aber die ist super Okay Okay Ja Nein, ich bin gestorben Was? Schaust dir im Stream an Mach ich einen Moment Bist du da ganz oben runtergesprungen? Nein Nein, nein Nein, nein Nein, nein Das, das, das siehst du falsch Ich bin runtergegleitet Bist du sicher? Das sah ziemlich eindeutig aus Ich hab nen Körper gemacht, okay Ähm, ja So, ähm Meine Skuria ist jetzt auch verloren Mhm Mhm Genau Ups Ähm Kann das bitte jemand klippen? Ist ja nur du Die Klippe ist, danke Äh, Carlos, bitte klippen Ich bin am Kämpfen Carlos, Carlos Kalocidocci Bitte, bitte Mit Kalocidocci Machst du dich unbedingt besser Doch Oh, guck mal Hier oben sieht man eine Skuria Ach nee, warte Es waren ja null Mhm Hä, plus 1000 Skuria? Hast du irgendwas gefuttert? Nein Oh, dann hast du Vielleicht ein Mitleids-Skuria Ja Und scheint ein Mitleids-Skuria Okay, alles klar Ich hab nichts gefuttert Ne, warte Ich hab die Quest abgegeben Mhm Das war die Quest Das war Der CEO auf Nest ist gerade nicht erreichbar Versuchen sie es später nochmal Nein, du musst nen Clip machen Bitte Schnell, klippen Please Bitte, Brigitte Bitte, Brigitte Bitte Please Mach nen Clip Boah, ich hab 10 Skuria bekommen Kranker Scheiß Nice No shit Meine mittlere Maustaste Funktioniert manchmal einfach nicht Das ist echt belastend Mhm Hui Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen ins nächste Gebiet Das heißt, wir können entweder über den Außenposten rüber Oder über den linken Weg Was sichere ist Außenposten Wobei, nee Linkes Gebiet war besser gewesen Glaube ich Aber rechts war noch ein Item gewesen Warte kurz Ich hab aus Versehen meine Waffe gewechselt So Äh Was sichere ist Ich lauf dir einfach hinterher Gut Okay Alles klar Ja Die eine Kria hat sich gerade angehört Als hätte sie gefurzt Tut mir leid Mhm Ja Hui Oh Gott Okay Jetzt bin ich wieder nass geworden Hm Ich wohne nicht immer nass werden hier Vor allem so mit Asche bedeckt nass werden Ist nicht so geil Nee, nicht so Du sagtest eh Da vorne war noch ein Item gewesen Nee, hier Komm her Hier Warte Äh, 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 äh Uff Da Hier liegt Hier Hier liegt es, glaube ich Ach, nice Ja Bei mir halt nicht mehr Sperrspitze Mhm Der hat mich halt dort drüben ummordet, ne Ummordet? Ja, ummordet Weiß ich, ne Das nur noch so Seit dem einen Glück Ja Kippo Hallöchen, häng Na Was geht? Wie geht's? Wie steht's? Mo? Yo, hi Was geht ab? Frikitte Mo? So Wo bist du gestorben eigentlich? Ja, da wo du gerade das Zeug geholt hast Warte kurz Okay Ich, mein Auge juckt Lass ein Vieh Töten 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 Yes Oh, es hat nichts getroppt Bei mir schon Ein Pelzi Für mich ist es umsonst gestorben Ja Das arme Viech Und zwar, ich bin nämlich vorhin hier lang dann Ja, warte kurz Ist hier hinten noch irgendwas? Ich hatte nichts gesehen, aber vielleicht Nein, ist nichts Okay Okay Juhu Richtig Richtung Bett geht's Bin recht müde Kann also sein, dass ich während des Zuschauens einschlafe Alles klärchen Hoffentlich hast du keine Albträume von meiner Stimme So, jetzt müssen wir uns entscheiden Jagen wir die Viecher oder machen wir die zwei Herzstäbe Ey, ich hab keine Ahnung Ich hab nichts zu verlieren, nur 1644 Skoria Lass mich viel Okay Dann, ähm, gucken wir mal, dass wir erst runtergehen Und machen unten den Herzstab Also schau mal bei der Isla Quest Isla Quest, was da? Ja, von hier aus quasi gerade runter Einmal Okay Okay Okay, dann let's go Davon können wir uns heilen Uh, Stein Steinchen Ja, ja Ich hab deswegen ist der Eingang hier wahrscheinlich auch besser Ja War ich doch der andere Eingang, wo dieses große Vieh war Wo die Mädels bei uns am Privatspielern gegangen sind Betest du hier? Ja, gut Ja, okay Ich bin wieder weg Hö, da ist der Riesenfisch Hm Ach, bestimmt nicht Hi, hab fertig gelernt Wo bist du jetzt eigentlich? Ich seh dich nicht mehr Ähm, ich bin jetzt auf dem Hauptweg Auf dem Hauptweg? Hauptweg, 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 Hauptweg Ah, hallo Hygiene Ich hasse Hyänen, Alter Mhm Die gehen mir so auf den Senkel Down Vor allem wie die immer lachen, Alter Hm Ich will echt mal den Witz hören, den die ihr Leben lang hören Hm Oh nein, das ist diese Hyänenanstalt hier Ja, Mann Wo ich auch schon so 30 Mal gestorben bin Locker Alter, kämpf doch Meine Maus will irgendwie heute nicht Okay Hm Nicht, dass meine Maus Schrott geht oder so Warte kurz, es juckt Das wäre mies, okay Na, mein Bart nervt mich schon wieder Der sprießt wie Unkraut Alles klar So Hi, na Komm, Schmidt, komm, Schmidt, komm, Schmidt, komm, Schmidt Ja Gut, die Karte checken Immer weiter runter, okay Oh Gott, sag mir nicht, dass das die Dingens ist Ich glaube schon Ach nein, nicht die Quest Oh, hier ist was Ja, weiße, Sabio Lecker Futter Noms, noms Hilfe, 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 hier sind Viecher Oh, oh nein Oh nein, hier ist ja noch mehr los Hm Geh weg, du hästige Hyäne Danke Du auch Was ist das für einer? Irgendein Stein-Dude Ich glaube, wenn wir hier hochgingen War dann noch so ein Checkpoint gewesen Ich glaube, der Dude hat den Steinsammelclub zu ernst genommen Oh, der auch Okay, cool Alter, lag des Jahrhunderts Okay Oh, Alter, ist das Flugzeug gerade laut Äh, ich bin, ich bin down Ich bin down Please, heil dich Okay Keine Ausdauer? Ja, darauf achte ich irgendwie auch nie Please, kill him Bin dabei Danke, ange Ach, Dankeschön Ist der Counter auf drei? Vier Stimmt, du bist ja viermal gestorben Stimmt Stimmt, du bist ja viermal gestorben Stimmt Ah, hier ist der andere Checkpoint Wo? Äh, wenn du hier hochläufst Oh mein Gott Sehr gut Und da drüben war dann der Weg, wo wir aufmachen konnten Weißt du noch, wenn wir die Quest weitermachen? Mhm Mhm Okay, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken, wo wir hin müssen am besten Ähm Geradeaus, okay, hier lang Was heißt hier lang? Ähm Hier unten steht so ein komischer Händler mit einem fetten Rucksack Ich warte dort Okay Oh shit, hier sind ein paar Jänen und, ähm, Gegner Ich weiß nicht, wo du bist Ja, ich bin links gelaufen, ähm, quasi Ja, ich ja auch Mensch, mach, mach schnell Blatt, Moment Hier ist noch ein Item Wo zur verfickten Hölle bist du? So, Moment So, die Gegner sind down Ich warte mir schnell das Item, dann komme ich zu dir Äh, hier ist einer Skorier Okay, ähm Down Okay, du sagst, du bist beim Händler Bist du, welchen Weg bist du, bist du runtergegangen oder wo bist du hin? Ich höre da wen Ah, hier, hier unten Du musst nach unten kommen Die Treppe runter oder, äh, ah, okay Komm mal hoch Da hinten ist was Da Ja, hier auch Okay, okay, okay Okay, warte Dann, dann würde ich erst das haben, was du gesehen hast Und zwar Oh Ih Wo kommt die denn her? Echt, ey Ist ja eklig Er ist ja hier lang Mhm Und geradeaus Siehst du es? Ich bin links gelaufen, du mich auch Okay Ja Nein Das war hinter dir Vom Stein aus hinter dir Nein Nee, vom, vom Stein aus, ich umdrehe links Egal Bist du doof? Nö Doch Nächstes Mal einfach auf der Map sagen, in welche Himmelsrichtung Oben ist Norden Mhm